Was geht ab meine Freunde, mein Name ist Ilsa, das ist Shadow of the Tomb Raider. Willkommen zurück auf meinem Kanal, bei diesem Let's Play. Hoffentlich seid ihr jetzt auch bei dem Video dabei und hoffentlich begleitet ihr mich jetzt auch. Und ich würde mich über ein Abo sowie ein Like freuen, bewerten und kommentieren, nicht vergessen und merkt euch, bleibt stabil. Los geht's. Ich hab nichts gemacht. Alles klar. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Dafür habe ich nicht genug Platz. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dadurch. Ich weiß, was geht. Ah. Oh. 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 muss der ort sein den ersten meint ganz ruhig das spiel ist mir um ehrlich zu sein immer noch ein wenig ein wenig zu dunkel es ist es widerlich Verstehe ich schon wieder nicht. Aber okay. Es kann nicht sein, dass ich zweimal denselben Fehler mache. Nein! Hey! Okay, keine Hektik. Du schaffst das. Rethuelle Opfer. Hey! Scheiße. Oh, toll. Ich hab wohl keine Wahl. Lecker. Boah, ist das abartig. Das ist echt abartig. Hoffentlich wird das Video nicht gesperrt. In den Hals rein. Ist das einer der Rebellen? Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja. Ja, da hat noch. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran... Versteh ich nicht. Sieht aus, als wär's der einzige Weg. Die Barriere muss verbrennen. Sieht aus, als wär's der einzige Weg. Die Barriere muss verbrennen. Es ist zu feucht. Ich brauche Brandbeschleuniger. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ja, ist mir schon klar. Ja, ist mir schon klar. Ich schätze. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Voller Öl und Blut. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Spider-Man, Spider-Man. Ist das so eine Art Adlerkampf? Spider-Man. Eine Barriere. Spider-Man. 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 Verdammt, es fließt zur falschen... Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Was ist das? Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Und jetzt zur Schatulle. Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Höhe. Kann es sein, dass es etwas ausgelöst hat? Ätzle. Hier ist der kleine Rebellen. Er flieh! Da drüben, schlafft sie! Da drüben, schlafft sie. Geh nach dem Weg! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Hm. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Einen Gefallen, glaube ich. Okay, ich komme zurück so schnell ich kann. So Freunde, das war's mit dieser Folge von Shadow of the Tomb Raider. Wir haben viel erlebt. Hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Shadow of the Tomb Raider auf diesem Kanal, auf meinem Kanal. Und ja, Support ist kein Mord und denkt dran. Bleibt stabil. Haut rein. Ciao.